Hey Freunde, heute im Test noch ein paar F3-Raketen und zwar die Gigant-Salut-Raketen mit Silber-Quetting-Aufstieg. Das sind 4 Raketen, relativ groß, lang, was hat man gesagt, ist auf jeden Fall ein F3-Artikel, 4 Raketen haben 96 Gramm, CE-Hersteller-Nummer, Losnummer ist alles drauf, also hier auch wieder alles legal erworben, preislich haben wir glaube ich bezahlt, jetzt muss ich lügen, 10 Euro vielleicht, wenn überhaupt, muss ich nochmal nachgucken, aber so um den Rahmen werden sie sich bewegen, die Raketen. Ja, die Abkürzung ist FRS-10-GTR, ja, schöne Abkürzung und ist natürlich von Funke. So, dann würde ich mal sagen, genug gelabert, gehen wir mal raus und schauen uns die Gigant-Salut-Raketen von Funke an und bis gleich draußen, zur Pründung. Die Gigant-Salut-Rakete, die Abkürzung. Der Schall, der noch zu zweit im Gehärm. Der Schall. Der Schall. Ich zülle dir das nicht. Naja, jetzt ein bisschen unscharf, aber ich würde mal sagen, hm, supi. Ich zülle dir das nicht.